Hallo, wir, die 17 Abgeordneten aus dem Ruhrgebiet, kämpfen hier in Berlin für die Städte von Hamm bis Hamborn und von Haltern bis Hagen. Wir wollen für unsere Region etwas erreichen, wir wollen Großstadtpolitik in Berlin machen und wir wollen Sorge dafür tragen, dass das Ruhrgebiet in der Bundespolitik nicht zu kurz kommt. Es gibt viele gemeinsame Herausforderungen, die diese 17 CDU-Abgeordneten stemmen wollen und wenn sie Anregungen, wenn sie Ideen haben, wo wir noch besser werden können, melden Sie sich bei einem Ihrer 17 Abgeordneten aus dem Ruhrgebiet. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nehmen Sie bitte Platz, die Sitzung ist eröffnet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020